Musik Hallo und herzlich willkommen zu Boxing Day TV, dem Box Talk hier bei TV Berlin aus dem Mercure Hotel Moa in Berlin. Und mein erster Gast heute, ich freue mich sehr, dass er da ist, eine echte Legende, René Weller. Hallo. Guten Tag. Ja, mich kennen die Leute logischerweise noch, aber eigentlich traurig bin ich, dass man die Boxer gar nicht mehr so kennt. Was muss man denn tun, um das zu ändern? Ja, der Boxer muss was tun. Der Boxer muss sich was einfallen lassen, muss ja entweder eine große Schau machen und vor allen Dingen, ja, gut boxen. Christina Hammer. Hallo Christina. Hallo. Schön, dass du da bist. Also ich denke, wenn man sich hier in Deutschland vergräbt und hier bleibt und nur hier boxt, dann ist man nur hier ein Champ. Aber ich möchte in der ganzen Welt aufräumen und da boxen und dann bin ich auch bereit, da hin zu fliegen und zu zeigen, was ich kann. Es ist genau die richtige Einstellung. So muss es sein, um ganz nach vorne zu kommen. Bevor es soweit ist, bekommen wir ein bisschen Musik geboten. Paul Gant wird für uns singen, und zwar einen echten Klassiker Feeling Good. Mr. Swing, Paul Gant. It's a bold world. It's a new world. It's for me. For me. Und wir haben die Runde, wie Sie es von uns kennen, nochmal vergrößert. Dazu jetzt noch Mattes Landwehr. Hallo. Hi. Die Leute kennen dich vielleicht noch aus der Serie Lasko hieß es damals, die Faust Gottes. Damit bist du vom Riesenpublikum auch bekannt geworden. Das erste Mal, wo ich mit einem Boxer Sparring gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, ich kriege die Fresse voll. Also muss ich das auch üben. Ich habe dann auch sehr viel mit verschiedenen Kampfsportlern aus den verschiedensten Sportarten trainiert. Und aber tatsächlich, ich persönlich finde das klassische Boxen immer noch eine der ästhetischsten Kampfkünste, Kampfsportarten. Wir wollen uns verzaubern lassen. Deswegen kommt nochmal zu uns. Lion Badre ist da. Äh, Lion, komm. Das ist Karte hier, kannst du halten. Ich nehme die Stimme raus. Genau, ich habe dich nicht angefasst. Wirklich. Jetzt können wir nochmal raus. Wollen wir raus? Nein, aber warte, warte. Was ist jetzt los? Aber wie? Ich kann es nicht vergleichen. Das passt hier genau rein. Ja, wirklich, du hast hier auf mich. Das gibt es doch gar nicht.